du weißt dass meine tanne gerade abbrennt ne? bist du bescheuert oder was? bist du bekloppt oder was? hast du gase eingeatmet? das macht der schmidt mal eben so. so leute freunde hast du gase eingeatmet das macht der schmidt mal eben so. leute herzlich willkommen hier im kleinen video bei uns meine tv schön dass ihr mal reinschaut und zwar kleine information wie ihr seht ich bin auf der horch agrovation map unterwegs mit meinem deutsche 9314 den dreamler tridem demler tsm mammut abschiebewagen voll im stress und ich habe ein problem ich habe viel zu viel mais auf der karte und deswegen habe ich mir gedacht wir müssen mal wieder zusammen häckseln ein bisschen stress ne? oma paschulke wohnt im alten heim mittlerweile ja also leute stresst mein maiswechsel ihr wisst was das heißt ich brauche fahrer unsere kühle haben schmack da ist erhobt den habe ich sogar selber gebaut nur leute ich weiß nicht wann es passiert weil hier soll nachher noch ein gewitter drüber herziehen und das wollte ich ganz gerne mit der drohne filmen wenn das klappt da seht ihr der hauch muss weg da steht alles bereit leute hier ist alles bereit ich warte nur darauf dass ich zeit habe und dann können wir starten hier multiplayer mais hacken die mod sie ihr braucht die werde ich auf jeden fall auch in der video beschreibung rein klopfen da ist unser kuhstall wow betonmauer nicht dran hängen bleiben und leute in diesem sinne sollte das auch schon wieder gewesen sein von meiner seite aus ihr wisst bescheid multiplayer maiswechsel die mod sie ihr braucht die werde ich auf jeden fall auch in der video beschreibung rein klopfen und äh ja heute ist auch schon wieder mein letzter urlaubstag Lkw kommt nix kommt nix gut freie vor den morzipan auch die ganzen jungs aus wacken die das sehen sollten leute viel spaß auf dem festival ich weiß nicht geht doch normalerweise noch ein paar teile hauptsache ihr habt auch so ein richtig schönes sauwetter für ein festival guckt dran vorbei stress 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 und hier auf der agrovation oder hier da wo wir auch immer sind da kann man auch noch ohne ladeklappen fahren also brauchen wir nicht deswegen ladungssicherung ist hier noch nicht ganz so wild so der zieht auch noch eben dran vorbei da steht der hexener siehst du er wartet schon wieder moin bin da also leute in diesem sinne bis später hennetv wenn wir live gehen leute maiswechsel party bis zum abwägen hier ist alles voll mais wir müssen unsere biogasanlage versorgen wir müssen unsere kühle versorgen wir müssen alles wir müssen nicht gegen den rand klotzen also leute hinderung bis später und bye bye i could be real if i wanted but you won't care if i'm just being honest i'm not a loser you 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 you